Hallo Leute, heute zeige ich euch meine Top 5 Apps aus dem Mai. Viel Spaß! Die erste App, die ich dir heute zeigen will, heißt BatteryStats4AirPods. Du kannst die App gratis in deinem App Store herunterladen und mit dieser App kannst du deine AirPods verwalten, ohne dein Bluetooth-Menü jedes Mal öffnen zu müssen. Über das Icon in der Menüleiste kannst du einfach deine AirPods connecten oder disconnecten und rechts neben den AirPods siehst du auch noch deinen Akkustand, was ziemlich praktisch ist. Unter Einstellungen kannst du dann auch einstellen, ob du benachrichtigt werden sollst, wenn deine AirPods einen bestimmten Akkustand erreicht haben. Unter Sounds kannst du einstellen, mit welchem Ton du benachrichtigt werden möchtest und du kannst einstellen, ob die App mit deinem Mac starten soll. Ein Klick und einfach verbunden. So einfach. Die nächste App ist RunCat, die ebenfalls gratis im App Store erhältlich ist. Mit dieser App kannst du dir deine CPU-Auslastung anhand eines rennenden Icons in der Menüleiste anzeigen lassen. Wenn du da auf das Icon draufklickst, kannst du außerdem deinen Rahmen, deine Festplatte oder dein Netzwerk anzeigen lassen. Wenn dir dein Icon nicht gefällt, kannst du auch einen anderen Runner wählen, wie zum Beispiel eine Katze, wie der Name der App ja schon sagt. Mir persönlich gefällt hier aber, das stelle ich mir nicht an am besten. Wenn dir alle Runners nicht gefallen, kannst du auch neue dazukaufen oder dir sogar deine eigenen erstellen, wie ich dir hier gerade zeige. App des Aktivitätsmonitor kannst du dir ebenfalls darüber anzeigen lassen. Und in den Einstellungen kannst du noch einige Modifikationen festlegen, wie zum Beispiel den Runner invertieren, sodass er schnell rennt, wenn dein Mac nicht ausgelastet ist. Du kannst dir auch neben deinem Runner die Auslastungen in Prozent anzeigen lassen. Und zu guter Letzt kannst du unter Registration deinen eigenen Runner erstellen. Weiter geht es mit der App Speedtest von Okla. Die App ist ebenfalls kostenlos und die kriegst du auch im App Store. Mit dieser App kannst du deinen Ping, deinen Download und deinen Upload deiner Internetleitung prüfen. Das ist sehr hilfreich. Oder wenn du bei einem Kumpel bist und zum Beispiel wissen möchtest, wie schnell sein Internet ist. Bei mir wirst du gleich sehen, mein Internet ist alles andere als schnell. Ich kämpfe aber gerade schon um Glasfaser und hoffe, dass ich irgendwann mal, naja, jenseits der 10.000 auf jeden Fall bin. Der weitere nützliche App, die ebenfalls kostenlos und im App Store erhältlich ist, ist Amphetamine. Mit dieser App kannst du deine Mac-Form einschlafen abhalten. Dies ist in vielerlei Hinsicht nützlich, um nicht jedes Mal in die Systemeinstellungen zu müssen. Bei dem ersten Start wird dir kurz erklärt, was die App macht und dann geht es auch schon los. Über das Icon kannst du steuern, ob dein Mac begrenzt oder unbegrenzt wach bleiben soll. Und du siehst dann auch, in welchem Zustand sich die App gerade befindet. Du kannst deinem Mac sagen, dass er wach bleiben soll, während eine bestimmte App läuft oder du eine Datei herunterlädst. In den Einstellungen kannst du noch viele weitere Sachen festlegen. Hier gibt es Einstellungen wie zum Beispiel Trigger, Drive Alive, Hardkeys. Damit kannst du Tastenkürzel oder bestimmte Trigger festlegen, wann dein Mac wach bleiben soll und wann nicht. Sollte dir das Icon nicht gefallen, kannst du dies selbstverständlich auch ändern oder benutzerdefinierte Bilder hinzufügen. Die letzte App, die ich euch heute vorstellen möchte, ist Guest Timer und kostet 5,49 Euro. Ist ebenfalls im App Store erhältlich und sein Geld auf jeden Fall wert. Mit dieser App kannst du Erinnerungen erstellen und zwar indem du einfach von oben das Icon nach unten ziehst, loslässt und dann beschreibst, an was du erinnert werden möchtest. Der größte Vorteil dieser App und warum ich sie so gerne nutze, ist, sie synchronisiert sich automatisch mit meinen Apple Erinnerungen. Das bedeutet, ich bekomme die Benachrichtigungen auf meine Uhr, mein MacBook, mein iPad und mein Handy überall hin. Solltest du mal vergessen haben, wie es funktioniert, klicke einfach auf das Plus und du erhältst dieses kleine Tutorial-Video. So Leute, das war es schon für meine Top 5 Apps. Wenn euch das Video gefallen hat, einfach einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch Fragen habt, ab in die Comments und nicht vergessen, abonnieren. Bis zum nächsten Mal.